Musik 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 habil störort Musik Music Am Schlagzeug, ja, immer abwechselnd, aber immer besser, immer besser. Christian Petermeier, genau, wunderbar. Ja, ich bin neu in der Schule, kennt mich nicht so gut aus. Und der zweite und nicht aber nicht der letzte, der Yannis Brinkmann, ein supertalentierter Junge. So, dann sind die Gitaristen und die fangen an jetzt natürlich mit den Damen, ja. Und einen prädestinierten Namen haben wir hier, Paulina Roca. Und nächst zuletzt, Baudela Peters, eine zweite Bekannte. Und jetzt die junge Damen, ja, vielversprechende Gesängerinnen und die Spangern natürlich mit Tabea Kieler, weil die spielt auch wunderbar Saxofor. Tabea ist die Wieler, Gesängerin und Saxofor. Melissa Hesse, Gesang. Isabel Brinkmann wieder, sie sind nicht für Christa, ja. Und Pisten Rita, hier in Gülen. Okay, nochmal, Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zusehen. Und wir laden euch wieder nochmal am 12., 11., 11., nein, 10. und 11., ja. Das ist für mich, die Daten, die sagen, nicht mehr. Okay, 10. und 11. Juli 2010. Ja, okay, 2010. Erlinghausen im Erling Musikhaus. Super. Unter der Leitung von Baba und David Klaar. Ein Riesenapplaus.